Du hast Leistenschmerzen, das Laufen fällt schwer, beim Bein nach hinten, beim Bein nach vorne, die Leiste tut weh, du bist auch unsicher, was ist das genau? Ich bin Roland Liebscher bereit und zeige dir ein paar Übungen, wo du eine gute Chance hast, die relativ schnell dir selbst loswerden zu lassen. Lass uns erst mal anschauen, wo Leistenschmerzen herkommen können. Du siehst hier den Oberschenkel, das Becken und wenn du das Bein bewegst, dann hast du verschiedene Muskeln, die für die Beugung zuständig sind. Der wichtigste ist der Hüftbeuger, der geht von hier über die Leiste, Leiste wohlgemerkt, ins Becken rein und an die Lendenwirbelsäule. Und da wir halt sehr viel sitzen, ohne es auszugleichen, wird vorne tendenziell alles immer kürzer, immer gespannter und daraus resultieren unserer Erfahrung nach sehr häufig diese Leistenschmerzen. Meistens ist es gar nichts Schlimmes. Es tut zwar weh, wenn du das Bein nach vorne setzt, bei manchen tut es weh, wenn du das Bein nach hinten setzt. Das ist ganz unterschiedlich, aber mach dir keine Sorgen. Wenn die Übungen funktionieren, die wir jetzt machen, dann ist es das Zeichen, dass da nur eine zu hohe Spannung der Muskeln und Faszien dahinter steckt. Was kannst du jetzt also dagegen tun? Ich erkläre die Übungen und Felix macht sie. Felix, bitte leg dich mal auf den Rücken. Und lass dich hier mal aufgestellt. Der erste Test, den du bei Leistenschmerzen machen solltest, das ist der, du gehst in diese Position und jetzt krabbelst du dich mit den Füßen immer weiter nach vorne, dass die Knie immer weiter runterkommen. Und Felix, mach vielleicht mal Folgendes. Wir machen es gleich mal jetzt so in echt auch. Felix, nimm mal deine Lendenwirbelsäule zum Boden. Ja, genau. Und mach das mal und sag mal, wann irgendwann eine Spannung entsteht, so im leichten Bereich. Immer gerader werden. Vielleicht entsteht auch keine, gell? Ich wollte es nochmal testen jetzt mit dir. Vielleicht hast du ja direkt auch da eine Verkürzung. Jetzt fängt es an. Okay, das ist der erste Warnschuss sozusagen. Felix hat jetzt die Lendenwirbelsäule möglichst zum Boden geholt. Wie macht er das? Indem er den Bauchnabel weit absenkt. Damit das Becken schön aus dem Hohlkreuz rauskommt. Und in dem Moment, wo Felix jetzt, merkst du bei beiden Beinen gleichzeitig, das zeigt, dass jetzt die hüftbeugende Muskulatur, wahrscheinlich der Hüftbeuger selbst, gibt es aber noch einen anderen, der Rektus, der auch da oft eine Rolle spielt, dass die so kurz sind, dass er jetzt schon eine Spannung merkt. Wo merkst du die Spannung? Du merkst es im Rücken. Ja, weil es gibt jetzt verschiedene Stellen, wo dein Körper dir sozusagen signalisiert, dass da was nicht stimmt. Das eine ist, es ist im Rücken zu merken. Warum? Weil der Hüftbeuger geht ja innen durch den Körper durch, bis an die Lendenwirbelsäule. Und in dem Moment, wo dort jetzt zu viel Spannung ist, tut es auch direkt dort weh. Okay, manchmal merkt man nichts hinten am Rücken, sondern man merkt es direkt in der Leiste. Aber auch, wenn Felix jetzt noch nichts in der Leiste merkt, kann es gut sein, dass er irgendwann ein paar Monate so weitermacht, ja, und irgendwann tut die Leiste auch weh. Das heißt, in dem Moment, wo du eine Spannung merkst, am Rücken, in den Beinen, in der Leiste, in der Hüfte, in der Position, dann musst du was tun. Und eine ganz einfache Übung, die du übrigens sogar nachts machen kannst, im Schlaf, dann kostet die gar keine Zeit, dann gehst du mit deinen Knien so weit runter, bis es leicht, wahrnehmbar zieht und unterlegst dann deine Kniekehlen mit einem gerollten Handtuch, mit ein paar Kissen, mit irgendwas, was das stützt, dass du genau in der Dehnung bist, wo du gerade noch gut einschlafen kannst. Ehe in Rückenlage ist eh gut, ja, das passt alles. Das ist die erste Maßnahme. Die zweite Maßnahme, Felix, dreh dich mal rum und geh mal auf alle Viere. So, du gehst auf alle Viere und jetzt stellst du erst mal dein Becken auf, indem du hier unten rundest, ja, nee, nicht durchhängst, rundest. Mach mal einen runden Rücken nach oben raus, nach oben raus. Nee, Felix, schau mal, drück mal dein Bauchnabel nach oben, dass es hier nach oben sich wirkt. Ja, geh mal hier nach oben. Wenn du das machst, dann gehst du ja aus dem Hohlkreuz raus. Und Felix, jetzt nimm die Hände so zehn Zentimeter weiter nach vorne und steuer mal deine Leisten an und versuch mal, mit den Leisten dich durchhängen zu lassen. Ja, nimm den Kopf ruhig hoch, ja, und lass die Leisten voran. Achtung, nicht Hohlkreuz machen. Ja, kannst du dich ansteuern. Das würde ja ähnlich gehen. Es ist gut, dass du es mal siehst von außen, ja. Felix fällt es schwer, jetzt aus dem Hohlkreuz raus zu gehen. Zieh mal den Bauchnabel ein. Ja, ist schon ein bisschen besser und lass trotzdem die Leisten runter. Jawohl. Immer so weit, wie es geht, aus dem Hohlkreuz draußen bleiben, weil einfach dann die Dehnung noch nicht effizient und optimal ist. Und jetzt lass die Leisten voran, dein Becken immer weiter nach unten sinken. Leisten voran nach unten sinken lassen. Und jetzt merkst du, dein Becken will gar nicht nach unten. Felix hat mir eben gerade erzählt, dass er leichte Rückenschmerzen hat. Felix, du musst diese Übung, die wir jetzt hier heute machen, unbedingt regelmäßig machen, weil du kannst von der Seite gut sehen, er kriegt seine Leiste gar nicht runter. Das Einzige, wo es einknickt, ist hier viel zu stark und da nicht. Aber das ist eine ganz, ganz häufige Sache. Das ist gut, dass Felix dir das so in echt sozusagen, ohne es zu spielen, zeigen kann, weil darunter leiden unglaublich viele Menschen. Ja? Wenn du jetzt die Leisten nach unten lässt, dann wird der Hüftbeuger gedehnt. Leg dich mal ab, dass du nicht so weiter tief drin hängen musst. Okay? Mach diese Übung zwei Minuten und lass einfach die Leiste während diesen zwei Minuten immer Stückchen für Stückchen für Stückchen weiter nach unten gehen und probiere, aus dem Hohlkreuz draußen zu bleiben. Die nächste Übung ist die Übung, da brauchen wir jetzt eigentlich eine Schlaufe. Du kannst es auch ohne Schlaufe machen oder mit dem Gürtel oder mit dem Handtuch, aber am leichtesten geht es so. Felix, beuge mal dein rechtes Bein. Genau. Ich helfe dir einfach mal. Ich lege es mal drum. Und jetzt nimm mal deine Hand und tu den Daumen hier so rein. Genau. So. Und geh mal mit der Hand immer weiter nach vorne. Geh ruhig runter. Geh ruhig runter noch ein bisschen. Und jetzt krabbelst du mit der Hand immer weiter nach vorne. Vielleicht noch ein bisschen umgehen gerade, dass man die Hand sehen kann. Bisschen von oben drauf. Genau. Und Felix geht jetzt immer weiter nach vorne. Und so wie er nach vorne geht, so wird ja der Fuß mehr Richtung Gesäß gezogen. Achtung, wichtig bei der Übung, dass die Leiste nicht vom Boden abhebt, dass keine Hüftbeugung zustande kommt, sondern dass die wirklich möglichst unten bleibt. Dehne mal einen Moment rein, Felix, weil ich möchte kurz noch was erzählen, was toll ist, was wir für dich haben. Schau mal, Schmerzfrei-Ratgeber-Leiste. Da sind alle Zusammenhänge drin, da sind Übungen drin, da sind Faszien-Rollmassagen drin. Alles an Erklärungen, was du brauchst, um das zu verstehen. Und noch ein paar Übungen mehr, das kannst du dir zuschicken lassen, so als schönes Heft oder auch runterladen digital. Und, ist der Fuß noch ein bisschen weiter gekommen? Alles klar. Das Gleiche würdest du mit der anderen Seite machen. Und natürlich immer direkt dort, wo die Leiste sich auch gemeldet hat, wo etwas zu kurz ist. Jetzt machen wir noch eine Alternativübung. Felix, setz dich mal mit dem Gesicht nach dort, bitte auf die Matte. So, geh noch ein bisschen weiter runter und jetzt beuge mal dein rechtes Bein und leg mal den Unterschenkel hier so neben dich. Ne, innen. Praktisch so rum, genau, genau, genau. So, und jetzt geh mal parallel zum Mattenrand. Das Erste ist, du musst jetzt mit deinem Fußgelenk runterkommen, aber natürlich nur so weit, wie es auch geht. Ja, also wenn du da noch ein bisschen abhebst, dann bleibt der Fuß eben so und üb dann die Dehnung und im Laufe der Zeit geht er immer weiter runter. Jetzt setzt du dich neben deinen Fuß, das wollen wir nicht. Komm doch mal hoch, drück dich mal hoch mit deinem Gesäß. Ja, nein, bleib so mit dem Bein und komm nur mal hoch mit dem Gesäß. Ja, drück dich mal hoch und geh jetzt mal mit deinem Gesäß über die rechte Ferse. Jawohl. Und geh so weit drauf, wie es geht. In dem Moment, wo du nicht zu dicht an die Ferse kommst, bleibst du einfach schräger. Ja, geh mal schräg nach links, lass dich mal da so runter. Dann hast du halt noch einen Abstand hier. Das ist auch nicht weiter schlimm. Wie weit du Richtung Ferse gehst, machst du davon abhängig, wie sehr hier die Dehnung zu merken ist im Oberschenkel. Geh ganz drauf, bleib weiter weg, ist egal, du übst an deinem Punkt. Und wenn du das gemacht hast, dann lässt du deinen Rumpf nach hinten runter, nimmst aber dabei den Bauchnabel mit. Nimm mal den Bauchnabel mit, weil das Mitnehmen des Bauchnabels bewirkt, dass das Becken mit in diese Richtung geht. Und nicht überstrecken im Rücken, sondern das Becken mitnehmen. Und dann merkst du hier die größte Dehnung. Ja? Das ist übrigens für dich, wegen deinen Rückenschmerzen, auch eine wunderbare Übung. Merkst vielleicht jetzt schon. Ja? Okay. Und das Gleiche, also das machst du auch, zwei Minuten und immer in dieser Intensität, wo du gerade noch sagen kannst, das kann ich noch gut ertragen. Ja? Nicht drüber, aber auch nicht zu sehr drunter. So. Und dann machen wir nochmal was im Stand. Felix, stell dich mal hin. Ja? So, jetzt stell dich mal quer zur Kamera. Und jetzt machen wir das Gleiche im Stehen. Stell dich etwas über Schulterbreit. Jawohl. Das Erste, was du machst, du ziehst mal deinen Bauchnabel ein, dass sich das Becken so stellt, dass du nicht so im Hohlkreuz bist, sondern dass du das Becken möglichst gerade stellst. Okay. Dann leg mal beide Hände gegen dein unteres Gesäß, näher unten, weiter unten, nämlich da, wo das Hüftgelenk ist, um dir praktisch anzuzeigen, wo musst du jetzt überstrecken, dass es nicht hier oben stattfindet, Überstreckung, sondern im Hüftgelenk, damit der Hüftbeuger mit in die Dehnung reinkommt. So. Und jetzt gehst du zurück, aber mit dem Bauchnabel. Der Bauchnabel geht zurück. Immer weiter. Und du merkst, du hast in deinen jungen Jahren, ich sag das mal so, ein echtes Problem, dich zu überstrecken, ja? Du überstreckst wieder im Rücken jetzt, wie vorhin bei der Übung, und nicht in der Leiste. Also, nicht ins Hohlkreuz gehen, sondern die Leisten nach vorne schieben. Leisten nach vorne, und dann merkst du, es zieht in der Leiste, es zieht in den Hüftgelenken, es zieht in den Hüften vielleicht, und das schön aufdehnen. Auch zwei bis zweieinhalb Minuten, schön steigern, vielleicht die Wand noch dazu nehmen, um sich zu stabilisieren. Und jetzt machen wir das noch einbeinig. Jetzt machst du folgendes, du gehst mit dem rechten Fuß, bitte mal einen Schritt zurück, jawohl, lässt den Fuß nach vorne zeigen, nimmst wieder die Hand gegen das untere Gesäß, dass du wieder, das ist eher Oberschenkel, eher dort, ja. So, und jetzt machen wir das, was wir eben mit beiden Seiten gemacht haben, mit einer Seite. Das heißt, dein Ziel ist jetzt, die Leiste nach vorne zu bringen, und den Rumpf nach hinten zu nehmen, aber den Bauch angespannt zu lassen, damit du nicht so ins Hohlkreuz kommst. Und dann merkst du, es zieht wieder wo? In der Leiste. In der Leiste. Ja. Jetzt zieht es sogar in der Leiste, ja. Die Übung ist auch eine unheimlich powervolle Übung, und du kannst sie überall machen, im Bus, wenn du irgendwo stehst und wartest, ja, du musst nicht auf die Matte gehen, du brauchst nicht irgendwie eine bestimmte Umgebung, kannst du überall mal zwischendurch machen. Mit der anderen Seite würdest du dasselbe tun. Ja, das war toll jetzt, dass wir gleich hier Felix seinen Rückenschmerzen auf die Spur gekommen sind. Also, ich glaube,